hallo und herzlich willkommen zurück hier vor ich kann hier irgendwas anstellen aber ich glaube hier wird das ding denn gepresst einmal aber wie kann ich denn jeder muss die säge an ist dass du die säge nicht ob das ist der strom hast du auch schon dein ding da gedrückt welches ding also einmal 13 3 wir müssen das beide gemeinsam drücken was nutzen nutzen wir weiter an ok 1 2 3 1 2 3 ok ok das war falsch ok gut das müssen wir also dann erst machen wenn wir das fertig haben ok aber jetzt sind die sachen auf jetzt können wir anfangen falsch machen damit wir jetzt weiter machen können sehr schön kommen denn die ganzen sachen können wir das jetzt daraus nicht ich kann es leider nicht rausnehmen ich habe keine ahnung wie was wo ich kann es leider nicht rausnehmen ich habe keine ahnung wie was wo ich kann es auch nichts rausnehmen wo kommt das denn her wo müssen wir denn hin was brauchen wir oder müssen wir uns das schade nehmen ich habe alles gerade angetippt ok mausi hey hätten wir was vom board mitnehmen müssen weil ich klicke alles an es funktioniert einfach nix oder gibt es irgendwo knöpfe gibt es ja knöpfe muss ich muss ich das da oben irgendwo ich verstehe es nicht bin ich gerade zu übermüde dass ich das nicht verstehe oder ich habe keine ahnung koppel er hast du deine fackeln noch ich nicht ich weiß nicht was der von mir war hier hier ist auch nichts was man hätte nehmen können hier wäre schön und dafür müssen wir doch erst mal irgendwas kriegen hier ich will man sich hin auch nicht wenn man sich hin bockt ich 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 habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Das gibt es doch wohl nicht. Ich will doch nicht jetzt jedes Mal eine Lösung gucken, nur weil uns irgendwas nicht auffällt. Müssen wir vielleicht noch mal ziehen. Dann machen wir das einfach. Hier die Außen, meine ich. Dann mal los auf die Plätze. Eins, zwei, drei. So, habe ich jetzt hier irgendwas? Ah, ich kann sie nehmen. Haha. Was kannst du nehmen? Das war es also. Äh, so. Was muss denn hier rein? Aha, ich kann sie auch nehmen. Super. Hier muss ein Stock rein. Hast du einen Stock? Kannst du einen Stock herstellen? Ich kann keinen Stock herstellen. Brauche ich das zu gucken? Äh, toll. Warte mal ein. Jetzt mach ein paar Schüsseln wieder rein. Davon gibst du das eine immer. Welche brauchst du denn? Brühen am besten. Okay. Bist drin. Danke. So. Ah. Geht vorankommt, ey. Du musst einen Tanzhafen herstellen. Mein Tanz hat nicht. Ich brauche gleich grün. Ähm, grün brauche ich auch. Bekann ich denn? Grün brauche ich, um einen Tanzhafen herzustellen. Okay. Aber was brauchen wir noch dann? Äh, wie kann man das denn wieder nachfüllen? Ich hab keine Ahnung. Äh. Äh. Ja, hier steht aber, dass ich dafür grün brauche. Aber ich weiß nicht, wie ich die Maschine dann anmachen kann. Kristall und blau. Äh. 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 Das funktioniert nicht ja so. Okay, den Kristall habe ich. Wärst du den jetzt gemacht? Und wie kriege ich die Sachen hier an? Und zum Glück. Und blaue Pilze. Blaue Pilze, blaue Pilze, blaue Pilze. Und wie kriege ich verdammte Scheiße hier so ein... Muss ich dann die leere Schale reinpacken? Ich hab keine Ahnung. Äh. Muss ich dann eine leere Schale reinpacken? Ah, da musst du eine leere Schale rein. Ah. Okay. Äh. Wo muss der rein in die Säge? Hast du eine Säge da drüben? Äh. Hast du da drüben eine Säge? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Säge sein soll. Ich packe dir mal die Äste da rein. Die müssen bitte einmal zersägt werden. Oh, Mausi. Okay, also man braucht ja immer irgendwelche Schüsseln für. Mommi, ist ich nicht. So. Das hier brauchen wir. Okay, wir brauchen jetzt einen guten Trank. Wo macht man denn den guten Trank hier? Äh, bei mir auf jeden Fall nicht. Ich hab dir jetzt mal den Trank da auch mit reingepackt. Ich hab mich keine Ahnung, wie man den guten Trank gemacht hat. Ah, die machen wir bei dir. Okay. Äh, jetzt wollen wir mit dem Tanzapfen. Als erstes, wie geht denn das hier jetzt? Warte. Kind. Wie hast du wieder grün, um die Tanzapfen herzustellen? Hä? Ach so, das ist der Ofen. Ah, okay. Was kommt da denn alles rein, oder was? Ich hab mir ganz gewollt, ich drauf aufpassen. Ach so. Warte. Ach so, ich brauch jetzt mal die grüne Farbe. Warte. Da. Dann kann ich vielleicht mal deinen Tanzapfen da erstellen. Ja, der muss ja wieder beim Miebe rein. So, dein Tanz, äh, der Tanzapfen schwimmt zu dir. Super. Wir haben sowieso gleich verkackt, die Zeit ist gleich aufgelaufen. Äh? Ja, um, geht auf den Boden zu. Okay. Na ja, du üben, ja, ich wollte gerade sagen. Aber wir müssen ja... Ich weiß nur nicht, wie das jetzt hier sein soll. Äh, Tanzapfen. Oh, ich brauch aber orange und gelb. Wenn wir das benutzt haben, liegen die da unten immer drin. Dann muss man sich eine neue Schale nehmen und die dann rausholen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die Frau mir scheinwendet. Ich hab jetzt Pilze. Okay. Pilze muss ich jetzt erklären. Ach, die, die musst du zerkleinern. Ich hab ja nichts zum zerkleinern. Das ist die Säge. Wo ist hier eine Säge? Die sehe ich doch da hinten, geradeaus. Das runde Teil, das ist die Säge. Das hier? Ja. Also, um das Herz zu stemmen, mit drei blauen, zwei Roschen und ein Kuh. Oh Gott. Okay, ist das, was ich versäge? Ich kann nichts machen, warum ich sie alles in den Taschen hat. Oder nee. In den Teilen. Gut, brauchst du jetzt die tatsächten Sachen noch? Äh. Nee, die müssen alle hier rein, eigentlich. Wir müssen, Anni, die müssen alle bei dir rein. Du musst alle roten Trank herstellen. Was ist das oder das? Da kann man nicht rein. Da kann das rein. Äh, roter Trank ist das. Und dann brauch ich noch irgendwie so komisches Gematsche. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Das haben wir verloren. Super. Also nochmal ziehen. Ja, aber du hast jetzt alles gerade in den Taschen. Hier läuft nichts mehr hin und her. Du musst alles wieder reinpacken. Da kommt nämlich nichts Neues. Wenn ich habe, ist das noch bei mir? Ich kann nichts reinpacken. Ich kann auch den Dingsen nicht mehr ziehen. Den einen Schalter hier. Wir müssen, glaube ich, erst das hier machen. 1, 2, 3. Oh, entschuldige. Ich war. Hat geholfen. Das ist gut. wenn ich kaputt jetzt ist alles wieder da alles wurde zurückgesetzt also wir müssen jetzt noch mal ziehen und dann müssen wir noch mal alles machen ich brauche auf jeden fall grün ja du musst es aber dann hat gleich wieder daraus sobald das ding verarbeitet ist muss die schüsse wieder mit grün gefüllt werden hier rein auf die plätze fertig so ich mach dir das mal hörst du jetzt mal auf ich mag den pilster ist noch ein so die jetzt schon mal die grüne schüssel gut macht den hier schon mal rein so erstmal brauche ich kristalle so der schmau auf dem weg zu dir der ist auch schon auf dem weg zu dir da bin ich mir nicht so sicher dass man sich damit kira ist jetzt auf das muss auch zu kleiner werden so und ich brauche orange ja ich mach gerade wieder frei das muss auch kleinert werden kann ich schon mal den machen ja ich muss es sei den kristall oder den kinder ich habe keine freie schale mehr frei ich habe immer noch orange so dein apple ist durch so kommt zu dir hier dein tanzhafen und ich brauche immer noch orange ja sonst kann ich den jetzt die sachen zerkleinern ja 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 du bist auch so gut der orange kommt so das ist jetzt ist eine kleine beginnable also ich habe gar keine schale mehr frei wird alle schalen wieder weg so was ist das denn das ist der kleine beginnable schon recht also bis zur nächsten folge tschau mal